Folge 20 von Hitman Absolution. Es geht weiter, wir knallen uns hier gerade durch das Gefängnis durch, um Victoria hier rauszuholen. Aber wir sind noch dabei, sie zu finden. Okay, das sind keine Wachen. Das sind immerhin nicht schlecht. Nur Schlüsse knacken. Wieso kann ich diese Schlüsse knacken? So, wahrscheinlich hätte ich dann hier durchgehen können. Okay. So, Victoria. Stecken sie aber echt tief drinnen. Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Gott, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Das war's. Das war's. So ist es gut. Ho, ho, ho. So schnell kann es gehen. Aber zur Sicherheit kriegst du noch einen kleinen Schocker. Hallo Dexter, kein Problem, nur so ein Glotzkopf, wie gesagt, ich bin ein Profi, ja, er schläft wie ein Baby. Ach man, wir waren so nah. Guten Morgen, Sonnenschein. Morgen, Mr. Dexter. Morgen, Sheriff. Was ist die Zeit? Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Okay, du spielst dir den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Ist dir das junge Ding da, das alle haben wollen? Gut, meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an, wie ein schwaches Geist. Ach, Dexter. Halt's Maul. Fuck, was ist das für ein beschissener Ort, ihr Kleid? Ich hab keine Ahnung. Rietiger Himmel. Es gehört Mrs. Cooper. Ranker Wichser. Du hast meinen Sohn getrittet, stimmt's? Hören Sie, sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter. Kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern, das hier kläre ich. Na los. Ich will meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein, also. Ja, dann meint es nur noch zwei. Operation Hammer Part 2 Operation Slash Hammer Ich wurde total ausgezogen, ey. Ah, diese Mistkerle. Verdammter Scheiß. Typisch. Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. Okay. Okay. Hab ich schon gesagt, es klingt an mir, wenn sie sehr schwer sind. Ich glaube, ich komme so gar nicht hier raus, ne? Also, ich glaube auch, jetzt kommt wahrscheinlich... Ich kann mir gut vorstellen, dass das der letzte Level ist. Dann kommt sicherlich Part 3. Die haben wir noch. Victoria müssen wir holen, Dexter und Sheriff. Verdammter Scheiß. Typisch. Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. Pssst! Pssst! So, dann können wir da noch die Leiche hier verstecken Perfekt Perfekt Ich hätte einen drauf, Victoria zu beschützen und selbst das vermusslich Ja, ja, mach ich Das war der Sergeant Sah ziemlich glücklich aus Hatte wahrscheinlich gar keine Sitzung, wenn du verstehst Naja, egal Ich hab die Pistolen vorne am Schalter für dich hinterlegt Oh ja, ja, echt schön So, das weiß ich jetzt auch, wo die sind Kann man nicht mehr da hinten Perfekt So, einmal weg mit ihr Voila Lass uns mal durch den Lüftungsschacht gehen Wenn du schon dort gleich einer stehst Ich bin nicht besoffen, ich bin nur die Festtagslaune. So, komm ja, nehm ich mal mit, ich mag die Mütze. So, Waffen zur Sicherheit. Nein. Ich bewege mich doch gar nicht. Mies Kerl. Denken Sie nach. Lassen Sie ihn. Erledigen Sie ihn! Meine Waffen. Das Ding fängt nicht zu entkommen. Ah, der Engel zieht sie. Wir nehmen Ihre Stadt ein. Dagen Sie, wer sind Sie? Das ist meine Scheißstadt. Zeigt Ihnen, was wir meinen. Das ist hier sehr kritisch. Was? Hast du das gesehen? Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. So, weil jetzt ist er weggegangen, deswegen. Hallo. 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 Ah, fuck. Das kann man schaffen. Das werde ich auch. Das ist ja gleich die Leiter. Du gehst dir das anschauen. Genau. Ist hier jemand? Hallo. Wer ist da? Oh, das ist knapp. Das hat sich gerade umgedreht. Das hat sich gerade umgedreht. Vor allem, das ist der Sporttyp und alles dabei. Der Agency. Der Stress haben wir wieder. Wir haben hier und wir Sperren. Wir haben an jeder Ecke Wachbosten. Und hier, hier und auf jeden Tag, das den Platz überblickt, Scharfschützen postieren. Ist mir scheißegal, wie gut der Typ angeblich ist. Wenn er keine Flügel hat, kommt er nicht weit. kommt ihn an. Ach, das sieht gut aus. 0, 10, 20, 20, 21, 20. Jetzt hat sich natürlich der bewegt, der sich nicht bewegen soll. Oh ja, das ist richtig gut. So, jetzt kann man uns auch schon ein bisschen frei rumbewegen. Oh ja, das ist richtig gut. Oh ja, das ist richtig gut. Hört fern von mir. Ah. Das ist halt anders als wenn du gegen zwei Leute kämpfst und wartest bis einer von den beiden nachlädst. Das ist ein großer Unterschied. Sonst lassen wir versuchen hier lang zu gehen. Ich meine, ich bin offen für Neues. Alter. Was mache ich? Ich bin crazy oder was? Verdammter Mist. Okay. Okay. Das war natürlich klar, dass er jetzt herkommt. Tut mir leid, meine Freunde. Das kann aber nur eingeben. So. Voila. Stecken die auch mal gleich wieder, dass wir ins Plus wieder kommen. Okay. 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 So. 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 Sorry Ja, ja, ein Schissenausrecht Puh Aber wir haben doch schon mal gut die meisten so ausgestalten, also Ohne großartige Probleme So Rant Das bladiert echt zu einiges Okay Es kommen die ganz harten Typen Pssst So So So, ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge an, wie wir hier weiter durchkommen. Somit auf Wiedersehen.